Roveretto ist eine Stadt mit 39.289 Einwohnern in Oberitalien im Trentina et Stal am Leno. Südlich von Trient und nur wenige Kilometer nordöstlich des Gardasees gelegen, Geschichte. Der Name Roveretto bezieht sich auf einen Eichenwald. Mit italienisch Rovere ist im engeren botanischen Sinn die Traubeneiche gemeint, die auch im Wappen der Stadt zu sehen ist. In der frühen Neuzeit gehörte Roveretto zunächst zum Hochstift Trient, nach dessen Ende 1803 direkt zu Tirol und damit zu Österreich. Die Stadt war früher wegen ihrer Seidenmanufakturen bekannt. Aus Roveretto stammten Adelsgeschlechter wie zum Beispiel die Baronie von Cavalcabo und die Gemini von Kreuzhof. Die Umgebung von Roveretto, das bis 1919 zu Österreich-Ungarn gehörte und früher auch Roveret bzw. Roveret und Roveridou genannt wurde, war ab 1915 nach dem italienischen Angriff Schauplatz schwerer Kämpfe im Ersten Weltkrieg. An die die ehemaligen Festungsanlagen in den Bergen östlich der Stadt erinnern war Roveretto Garnison für die 96 KUK. Die Stellungen in den Bergen und im Etztall wurden bis zum Ende des Ersten Weltkrieges von den Österreichern gehalten. An die Kämpfe um die Stadt erinnern heute zahlreiche Monumente in der Stadt, unter anderem am Bahnhof. Die Stadt trägt den Titel Citta della Pace. Sehenswürdigkeiten Sehenswert ist die Altstadt mit ihren vielen Gassen und Palästen, die venezianischen Einfluss zeigen. Und einem großen Kastell aus dem 14. Jahrhundert, auch Kastell Veneto oder in deutschen Texten Schloss Rofreit genannt. Darin ist das größte historische Kriegsmuseum Italiens, das Museo Storico Italiano della Guerra, untergebracht. Es enthält eine umfassende Sammlung von Zeugnissen aus dem Ersten Weltkrieg. Das Osario Castell Dante ist ein Beinhaus südlich von Roveretto mit den sterblichen Überresten von 20.000 Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Italienern und Österreichern Eine Friedensglocke Maria Dolens auf dem Hügel von Miravalle wurde am 30. Oktober 1924 aus Kanonen der am Ersten Weltkrieg beteiligten Staaten in Trient gegossen. Sie läutet täglich um 21.30 Uhr und soll ein Mahnmal gegen alle Kriege bis in die Gegenwart sein. Weil ihr Klang nicht wie vorgesehen war, wurde die Glocke 1939 in Verona eingeschmolzen und am 26. Mai 1940 in Roveretto wieder aufgehängt. Wegen eines irreparablen Risses wurde sie 1964 mit finanzieller Hilfe des Laiens Club in der Glockengießerei Kapanenoy gegossen und am 31. Oktober 1965 auf dem Petersplatz in Rom von Papst Paul VI. gesegnet. Am 4. November 1965 ging die Glocke im Triumphzug nach Roveretto zurück. Sie ist mit einem Gewicht von 22.639 kg die viertgrößte noch tönende freischwingende Glocke weltweit nach der Tokinosumica-Glocke in Gothenba, der Millenniums-Glocke in Newport und der St. Peters-Glocke im Kölner Dom. Die Glockenhöhe beträgt 3,36 m bei einem Durchmesser von 3,21 m. Ihr Klöppel wiegt 600 kg. Das Stadtmuseum Museo Civico enthält archäologische, historische, volkskundliche und naturwissenschaftliche Sammlungen. Im Dezember 2002 eröffnete das Kunstmuseum Roveretto das Museo di arte Modena e Contemporini di Trento e Roveretto. Es ist eines der größten Italiens. Im Gebiet um Lovini di Marco wurden Fußspuren von Dinosauriern gefunden. Diese stammen angeblich von den Gattungen Camptosaurus und Dilophosaurus. Westlich von Roveretto erreicht man den Edge-Radweg, hier identisch mit der Via Claudia Augusta, von dem wenige Kilometer südlich über Mori der Radweg nach Torbole zum Gardasee abzweigt. Seit 1987 findet in Roveretto und auf Fußballplätzen der näheren Umgebung jährlich ein internationales Fußball- und Handballturnier mit dem Namen Torneo Cittadilla-Pace Stadt. Dabei sind Jugendmannschaften aus ganz Europa vertreten. Söhne und Töchter der Stadt. Antonio Rosmini, Theologe, Philosoph und Seliger der katholischen Kirche. Johannes Montel, Diplomat. Federico Halbherr, italienischer Archäologe und Epigrafiker. Ettore Tollemay, italienischer Nationalist, faschistischer Senator. Riccardo Zandunay, Komponist, Mariano San Nicolo, Jurist, Emilio Petiva, Radrennfahrer, Amando Aste, Alpinist, Franco Bonis Olley, Tenor, Davide Simon Selle, Schirenläufer, Lucia Rechia, Schirenläuferin, Asia Cunigo, Hafenistin. Zeitweise in der Stadt lebten Fortunato de Perot, Begründer des Futurismus. Partnerstädte, Österreich-Kufstein in Tirol, Österreich. Deutschland Forchheim in Bayern, Deutschland. Tschechien Dolni Dobrouc in der Tschechischen Republik. Brasilien Bento Goncalves in Brasilien.